Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Silence. Langsam wird's interessant. Langsam kommen wir zum finalen Kapitel, liebe Leute. Hier ist natürlich euer Trixi. Also Leute, legen wir mal los. Klopfen wir mal ans Türchen. Klopf, klopf. Wer hat mir die Tür zugemacht? Mensch, macht ihr wieder auf. Wart ihr das? Was glaubst du wohl? Und wir machen es auch nicht wieder auf. Jedenfalls nicht für umsonst. Was wollt ihr haben? Hey! Kleine, freche Rotz gehören hier. Die kommen nur, wenn ich ans Tor klopfe und was für sie habe. Hm, was? Gucken wir mal schnell der Reimer rein. Hm, auch zu. Verdammt. Hey, vielleicht mal Blumen. Auch nicht. Sieh an. In Silence wird sogar geheiratet. Wurde. Ja, warum auch nicht? Hm. Ich hab's im Brunnen brauchen wir jetzt. Ah, vielleicht Süßes. Haha, vielleicht Süßes. Vielleicht wollen die ja Süßes haben. Probieren wir es mal einfach mal aus. So, Münze. So viele Glücksmünzen. Jupp. Ich hab mal ein unendlicher Reichtum, die wir da drin haben. Aber uns soll's ja recht sein. Gut, und der schwirrt im Hintergrund immer noch rum hier, der Kerl. Der hat ausgelutscht. Ah, verdammt. Ah. Soll ich die Bank mitnehmen? Ja. Ja. Ah, nee. Ich hab gedacht, die Bank vielleicht mitnimmt zum Hochklettern. Hm. Vielleicht hat sie eine Idee. Rini? Ja? Weißt du was? Du bist ein tolles, kleines Mädchen. Danke, Rob. Ich bin kein kleines Mädchen. Ich bin ein kleiner Junge, aber... Hm. Was machen wir jetzt mit euch da oben? Ich klopfe noch mal. Ich bin noch mal zu dreist. Vielleicht nervig dir so lange, bis sie runterkommen. Ja. Was wollt ihr denn haben? Na was schon. Was ganz, ganz Tolles. Was denn sonst? Ja, was ist was ganz Tolles? Was ganz Tolles? Hm. Mach nochmal. Süßigkeiten mal gucken. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Münzen oder Bonbons. Von mir aus auch beides. Behalt dein Geld. Die Bonbons kannst du hochwerfen. Ich trau dir nicht. Oh. 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 Setz weg. Ähm. Tja. Ist die jetzt am liegen, oder? Liegt jetzt die Lampe da unten, oder? Wo liegt die jetzt? Du bist ein Pfeifendeckel, ey. Ohne Witz. Ne, liegt keine Lampe. Gut. Dann klopfen wir halt nochmal. Was Benzeres fällt mir gerade echt nicht ein, Leute. Liegt jetzt mal würde ich die an der Hammelbeine packen. Naja, wollen wir nicht. Ah, dann klopfen wir nochmal. Was wollt ihr denn haben? Wir wollen endlich was ganz, ganz Tolles. Nicht zu wenig und nicht zu viel. Für jeden eins. Hm. Dann fragen wir mal unsere Schwesterherz. Vielleicht hat sie hier noch eine Idee, was wir hier holen könnten, weil sie müsste... Oh. Warte mal. Was war das da gerade? Da war da was gerade. Ah. Da. Flugblatt. Ich glaube nicht, dass die Mädchen Kriegspropaganda toll finden. Mist. Hätte ja sein können. Gut. Dann fragen wir mal unsere Schwesterherz. Die wird bestimmt eine Idee haben. Sie ist ja immerhin die Königin von Silence. Warum ich benötige mir keine Audienz jetzt bei ihr? Weil sie ja eine Königin ist. So nach dem Motto. Ja, erst mal eine Audienz, bevor wir eine Frage stellen. Das wäre ein bisschen übel. Aber, na, ich glaube nicht. Ist nicht so lieb. Hm. Rini? Ja? Sag mal, was wäre denn was richtig Tolles für dich? Was richtig Tolles? Oder was ganz Tolles? Hm. Was ganz, ganz Tolles? Doppelgans? Also das kann nur ein Lumi sein. Ein Lumi? Ah. Was ist das? Ich schicke dir ein paar hoch. Was? Wie? Ja, durch das Rohr. Ah. So, wir brauchen jetzt die zwei mutigsten Lumis. Wer will zuerst durchs Rohr klettern? Hey, hier geblieben. Der eine haut schon ab. Und der zweite ist weg. Oh nein, wo wollt ihr denn hin? Verdammt. Ah, die kriegen wir. Die bekommen wir schon. Ja. Ich bin nur froh, dass alle hierher gelaufen sind und Spot in Ruhe lassen. Ja. Gut. Wo ist der erste? Fass mit Ventilflüchter. Ob da ein Lumi drin ist? Nein, geht nicht auf. Hm. Was ist mir hier bei Verstecken? Der hat nichts gesehen. Er hat ja am Po keine Augen. Hahaha. Der hat überhaupt keine Augen. Tja. Wo könnte der nächste sein? Hier versteckt sich kein Lumi. Viel zu fischig. Mhm. Bestimmt haben Süßigkeiten. Die Lumis lieben Süßes. Genau wie ich. Sie haben den Stand bereits geplündert. Ja, wer nicht? Obst mögen die Lumis nicht. Zu gesund. Hm. Wo könnte... Du hast nicht zufällig gesehen, wo die Lumis sich versteckt haben? Naja. Hm. Ne. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal weiter. Jo. Ja. Na, wo bist du? Ich find euch noch. Luftblasen? Ah. Komm her, du kleiner Wisch. Oh, der Arme. Warte, ich trockne dich gleich ab. Hab ich dich. Uah. Nein. Haut dir wieder ab. Verdammt. Dieser blöde Wicht. Ah. Da bist du. Also, du kleiner... Komm her. Ich krieg dich. Ich bekomm dich. Ah. Das ist das Letzte, was ich tue. Na. Da ist einer. Ui. Oh, weg. Na, wo ist er hin? Da ist doch was sich im Bewegen. Alles in Ordnung da unten, Spot. Spot. Okay. Am besten hole ich Spot erst hoch, wenn ich alle Lumis eingefangen habe. Na ja. Besser ist das. wo sind die Mist, wo sind die Mistviecher? Hm. Hm. Hm, 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 hm. Ah, hier ist schon mal keiner. Gehen wir nochmal zurück. Ich habe doch irgendwo einen gehört gerade. Wo ist der hin? Gammt. Die sind so kleine Wichter. Oh, da ist ein Lobby. Drecksbiest. Mann, Mann, Mann. Die kriege ich gleich. Die holen wir später. Ich gucke erstmal weiter. Ah, stimmt. Kekse. Wir müssen die locken. Dich kriege ich. Dich kriege ich. Hab dich. So, und... Ja. Ne, 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 ne. Du bleibst mal schöner drin, Junge. So, den ersten haben wir. So, okay. Woher mit dem jetzt? Ah, ich bin durchs Rohr. Okay. Nummer eins. Nummer uno. Okay. Erstmal abliefern. Okay. So, ab mit dir ins Rohr. Aber Nalli. Voll mir ab, host hier. Pass auf, gleich wird's lustig. Sedic? Ja? Ich muss jetzt das Rohr zumachen. Okay. Dann schnapp ich Spot und den Splitter und wir treffen uns am Hafen, okay? Findest du denn da allein helfen? Na klar. Und du? Sicher. Na dann, bis gleich. Bis gleich. Okay. Rein damit. Hopp. Nein. Zack. Du krabbelst jetzt zu Sedic hoch. Gut. Ich finde erst deinen Freund. Dann geht's aber los. Abgemacht? Yay. Okay. Den ersten haben wir schon mal. Okay. Mal gucken. Hat man dich bekommen? Oh. Ja. Wo taucht er auf jetzt? Da taucht er jetzt auf. Okay. Dann holen wir dich jetzt da. Dann haust du jetzt wieder ab mit Sicherheit. Okay. Drecksvieh. So. Schnell. Schnell. Komm. Komm. Ja. Komm. Stopp sie dir. Hab dich. Ja. Huh. Nummer zwei. War das zwei oder drei? Mal oder so waren es drei, meine ich? Na mal gucken. Vielleicht reicht's ja. Dann ist er da ins Gebüsch abgehauen. Dann kann ich ja gar nicht folgen. Hey, meine Schnur. Na schön. Behalt sie. Schenke ich dir. Und rein mit dem. Pump. So. Jetzt müssen wir das Ding zumachen. Mit Sicherheit. Jetzt kannst du mit deinem Freund um die Wette krabbeln. Ich mach das Rohr besser zu. Damit ich sie nicht wieder einfangen muss. Ich. So. Mit der Keksthose. Müsste ja eigentlich reinpassen. Wunderbar. Sitzt, felsst und hat Luft. Er wackelt und hat Luft. Ja. So Mokitu. Spott, die Lumis sind zu dick. Sie klemmen im Rohr fest. Was soll ich jetzt machen? Hm. Hast du eine Idee? Hm. Warte mal. Hallo? Das Pumpen. Der Pumpenhebel. Wir müssen bestimmt an den Pumpenhebel. Mit Sicherheit. Ähm. Nur fragt wie. Kommst du da durch? Spott. Ach, verdammt. Vielleicht mal. Ah. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir da hochkommen. Hm. So schon mal nicht. Moment mal. Spottform. Schleuder. Die hat uns ja schon mehrmals geholfen. Zack. Hoch. Okay, das ist eine falsche Richtung. Definitiv. Ähm. Drehen wir mal so. Gerade. Verschifft das hier. Okay, Spott. Nochmal. Drei, zwei, eins. Go. Autsch. Hm. Durch nach vorne kippen geht das? Ja, da lang bringt das ja nichts. Dann schieben wir mal in die Richtung. Gucken, wo wir dann hinkommen. So. Nochmal versuchen. Und. Und. Fum. Okay, wir sind. Ne. Hm. Hier durch die Zauberkiste gehen. Was passiert dann? Na, das ist immer Feuere. Na, gehen wir mal rüber. Kann sich nicht holen. Okay. Hu, 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 hu. Vielleicht ein Feuer da rein? Gucken. Was ist jetzt passiert da nochmal? Fährt der Ballon? Hast du schon eine Idee, Spottie? Nee. Hm. Wie kommen wir an den vorbei? Also, wie komme ich da hoch? Das ist eine blöde Zauberkiste. Vielleicht als Ball? Nee, das geht ja auch nicht. Oh, Mann, oh. Oh. Ich kann der mir ja helfen. Nee, auf die tu nicht. Vielleicht als Feuerball hoch. Was soll das bringen? Keine Ahnung. Probier's mal aus. Nee, das bringt gar nichts. Nochmal in die Richtung. Mal gucken, was dann passiert. Und nochmal. Komm, mit Schmackes. Na, komm. So. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. und zack. Passiert gar nichts. Puh. Spots, 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 spots. Ähm. Ähm. Vielleicht nochmal durchgehen. Vielleicht nochmal durchgehen. Durch die Zauberkiste. Nee. Nochmal rein. Ah. Jetzt passen wir einfach durch. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Go, go, go. Minispots. Ja. Super. So. Pumpenhebel. Und. Yes. Na, ihr drei. Was denn? Ihr hässlichen Kartoffeln sollt die tollen Lumi sein? Hier stehe einer, Mädchen. Die sind doch süß. Lass mir die Angelschnur holen. So. Und ein Glas dran. Wenn sie so clever sind, wie sie aussehen, werden sie darüber stolpern. Ah. Okay. Nein, nein. Ah. Oh, hi, Spot. Dankeschön. Gut gemacht. High five. Peng. Yay. Oh, man. Die beiden sind echt süß. Finde ich zumindest. Hm. Gehen wir mal zurück. So. Mal gucken. Ob wir euch kriegen jetzt. So. Um eins. Komm her, Freundchen. Oh. Ups. Der ist Matsch. Wurzeltrolle. Aber euch kriegen wir. Hey. Und nochmal. Und. Ja, wunderbar. Komm. Zack. Oh, ich krieg mal. Ganz schnell, 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 schnell. Hopp. Pack. Hopp. Ja, wunderbar. Ha. Beide. Sehr schön. Stimmt, die sagten ja für jeden einen. Aber der dritte. Irgendwie tut ihm ein bisschen leid. Egal. Das war die Rache an Spot. Ja. Die haben Spot ziemlich unflegsam behandelt. Und das war die Rache. Merkt euch das. Loomis. So. Einmal klöpfen. Ich hab was für euch. Loomis. Oh, wie putzig. Sowas von klöpfen. Ey, der sieht aus wie Mei. Schau mal, wie komisch der brummt. Schnell dadurch. Bevor sie sich wieder anders überlegen. Was war das? Okay, der hat's überlebt. Also Leute, wir haben auf jeden Fall einiges erreicht, würde ich sagen. Das ist auch genug, auf jeden Fall. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Kommentar doch da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich sehr freuen. Also Leute, man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis dann, eure Trixi. Ciao, ciao.